1936 ist Paul Cage mit seiner 8mm Kamera nach Weimar gefahren und schwenkt über die neuen Zeichen der Zeit. Neben ihm steht seine Tochter Dora mit einem Blumenstrauß in der Hand und beide warten schon gespannt auf das, was nun passiert. Ich habe mir ein paar Rosen gekauft und die waren schon so welk und so schlapp. Und dann habe ich mir aber vorgenommen gehabt, jetzt beweist du mal, dass du Mut hast und dass du den Führer den Blumenstrauß überreichst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.